Stadtteilfest in Jürgen-Ohl-Kramerswinkel Auch in diesem Jahr feierte der Stadtteilverein Jürgen-Ohl-Kramerswinkel wieder drei Tage lang sein Stadtteilfest. Bei herrlichem Wetter startete der traditionelle Umzug vom Marktplatz in Jürgen-Ohl zum Festplatz in Kramerswinkel. Für die Sicherheit sorgte die Goslarer Polizei sowie das THW Goslar. Nach dem Einmarsch ins Festzelt gab es eine kurze Ansprache vom Veranstalter Mario Tippe, danach sangen Schüler der Grundschule Jürgen-Ohl einige Lieder. Auf dem Festplatz präsentierten sich ortsansässige Firmen und Vereine. Auch für Fahrgeschäfte, Imbiss und Getränkestände hatte der Veranstalter gesorgt. Es war ein rundum gelungenes Fest. Einfammerungsfest in Jürgen-Ohl-Kramerswinkel Vielen Dank. 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 Vielen Dank.